Hello! Neues von Polmann. Na, wo bin ich wohl? Geil, oder? FC Schalke 04. Der Polmann, schnell mal aus Düsseldorf. Dienstreise rüber nach Gelsenkirch. Hier. Ist zwar nur ein zweitiges, aber ist halt Schalke, ne? Das werdet ihr nicht verstehen da oben nun, aber ist 04 halt so, ne? Ansonsten geht's gut. Dienstreise in Düsseldorf. Ich bin schön im Hilton. Und jetzt erkunde ich ein bisschen schön in Gelsenkirchen. Arena-Feeling. Mal gucken, was die Jungs hier so treiben.